Das ist ja auch neu, wenn du nicht genügend Padpoints hast, kannst du hier gar nicht aufsteigen. Das ist halt noch das zweite Problem. Okay. Sonst hätte man sagen können, okay, ich tausche jetzt alles in Heide rüber und der hätte dann alles in die Taschen rein. Der hätte sich dann drauf gehockt und ausgeloggt. Er hätte ja gar nicht mehr funktioniert. Das hat mich sowieso nicht gewundert, warum der mich nicht geschlagen hat. Dass ich auslocken konnte, ist dreimal in mir vorbeigeritten. Ganz knapp. Wie ich ausgeloggt habe. Vielleicht hat er sich auch nicht wirklich wahrgenommen. Wir hätten einfach eine Formation annehmen sollen. We should have just made a fucking formation. Zwei hat sich geleidigend gemeint. Two fighters in front of bodyblocking and they get healed. The mages are safe. They can't do so much damage that the mage can't heal. Yeah, it's true. Wie viel ist das Keratin-Dropo? Just bodyblocking. Running like chicken. Chicken. Entschuldigung. We couldn't dismount him. That was really failed. I thought a big halibard from Tony can dismount him. Alle ignorieren mich. Das war auch schon mal eine blöde Idee, dass ich halt mit einem Dieb mitgegangen bin. Ich hätte auch einen Fighter nehmen sollen. Eine Frage. Ich habe nur eine Frage. Wie viel kostet das Keratin-Dor-Buch? Mal nachschauen. Moment. Jetzt gehe nicht auf Mortal-Data-Wiki und guck da nach. Da bin ich gerade. Ja, und warum guckst du nicht nach? Weil da zwei Preise stehen. Oh. So steht einmal. Okay, ich bin regiert, ey. Das müssen wir jetzt nochmal versuchen, Mann. Regiert euch und wir gehen nochmal los. Wir gehen in Tindrum Grave, ja. Das sind die Ink-Leute. Wir gehen jetzt zehnmal nicht in Grave, ja. Aufstellung immer nur um folge.